So, heute wollen wir uns mal angucken, wie man bei Bitrefill Gutscheine mit Blue Wallet bestellt. Dafür suchen wir uns erstmal einen Gutschein bei Bitrefill aus. Ich nehme jetzt hier mal einen Amazon Gutschein. Trage dann hier unten ein, wie viel Euro ich dafür haben will, also mit welchem Wert der Gutschein sein soll. Ich füge den Warenkorb hinzu. Wenn wir hochscrollen, sehen wir hier oben die Anzeige. Gehe ich zum Checkout. Im Checkout können wir dann wählen, womit wir bezahlen wollen. Wir wählen jetzt in dem Fall Lightning. Klicken wir auf Lightning. Da sehen wir schon, wird QR-Code angezeigt. Jetzt gehen wir in unserem Handy auf Blue Wallet. Wählen die Lightning Wallet aus. Drücken auf Senden und Scannen. Dann scannen wir den QR-Code. Dann zeigt er uns hier an, wie viel wir bezahlen müssen. Drücken wir auf Pay. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Wenn wir jetzt hier unten auf Click to Unseal klicken, kriegen wir einen Code. Den können wir bei Amazon eingeben und haben dann 10 Euro Gutschein eingelöst. massen��